Zwei Freunde, aufgewachsen wie Brüder, bis man sie voneinander trennte. Mein Sohn, er hat das College abgeschlossen. Du musst nach Hause kommen. Vergib mir für das, was ich dir nun sage. Hassan ist tot. Eine Woche vor seinem Tod hat er dir einen Brief geschrieben. Um den Sohn seines Freundes zu retten. Was ist mit dem Jungen? Die Taliban haben ihn. Muss er zurück in ein Land, das er nicht mehr kennt. Du musst zurück nach Kabul. Drachenläufer. Was führt Sie zurück nach Afghanistan? Ich suche einen Jungen. Sein Vater hat mir viel bedeutet. Eine der schönsten Geschichten unserer Zeit. Es gibt eine Möglichkeit, die Vergangenheit zu bereinigen. Wird zu einem der beeindruckendsten Filme des Jahres. Wissen Sie, was die mit ihm machen, wenn Sie sie glatt rasiert sehen? Von Mark Foster, dem Regisseur von Finding Neverland und Monsters Ball. Ich träume davon, dass mein Sohn als guter Mensch aufwächst. Als freier Mensch. Ich träume davon, dass du eines Tages das Land unserer Kindheit besuchst. Davon, dass wieder Blumen in den Straßen blühen. Und Drachen am Himmel fliehen. Anfeuer von Herrn Schiff. Das ist ein Mensch. Und 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 schiff. Untertitelung des ZDF, 2020